Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Friday the 13th. Carsten ist jetzt mit dabei. Carsten kommt vom Zahnarzt. Der ist vielleicht nicht ganz so gesprächig jetzt. Wenn man Mühe geben, deutlich gesprächig. Hast du auch noch so richtig Watte im Mund und so? Ne, das fühlt sich an wie Wackelpudding in meinem Mund. Oh Gott. Warum solltet ihr auch Watte im Mund haben? Der geht doch nicht zum Casting von der Pate. Ja, wer weiß. Ja, dann gucken wir mal. Ich sag's Carsten auch noch mal. Ich hab jetzt ne random Jason. Ich lass mich überraschen. Okay. Oh, es geht los. Ich bin gespannt. Ich bin's bestimmt wieder. Nein! Sieben von sieben. Ich hatte, dass keiner Tommy berufen hat. Ja, da hab ich ja drauf gewartet. Hast du nichts gemacht? Ne, die haben alle nichts gemacht, wirklich. So hab ich die Council am liebsten. Nichts machend. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ok ich bin es definitiv nicht immer den feuerachs jason ich hab schon wieder die schwarze ich habe die doch gar nicht ausgewählt du musst auch wieder vergessen ja was war das denn jetzt ich bin haus reingegangen und steht stand dann danach vor der tür nachdem ich die türen zugemacht habe ja ich hoffe die kriegen das mit dem bugs noch ja das ist ganz schön gerade bei den kämpfen auch wenn man denkt so ich habe jetzt erwischt aber dann ich habe die sicherung gefunden du bist der beste sagt bescheid hast du die zum kirk jetzt auch ich finde das immer witzig wenn das geräusch schon kommt und die tür ist zwei sekunden später aufgeht ich bin schon voll ausgestattet hier wo seid ihr denn so recht ich habe ein messer ich habe leider habe ich auch schon auch hier ist ja alles in dem haus was ein geiles hausmann ok ich hole mir erstmal die fette baseball keule was haben wir hier noch sonst ist natürlich nichts ok leute ich mache mich auf zum nächsten haus jason ist in meiner nähe irgendwo geschäftet manchmal ist er gar nicht mal so nah dran ne da kann man sich echt ganz doll täuschen aber aber jetzt doch ich habe ihn auch auf der minimap gesehen er ist in der nähe von dem haus dann ist er nah dran ich hoffe natürlich dass er jemanden anderen jetzt gerade jagt zufällig oh hier ist noch eine tür offen verdammt oh scheiße ich bin der nähe vom auto ok ist scheinbar hinter jemand anderem her ok nichts flair rick flair wie hieß er noch ja doch schon schulen nein ja der aus dem blöden vornamen da hier sind so ein titel rick beauty das ist ganz schwulen scheiß wir haben übrigens nichts gegen schwule liebe zuschauer nein erst will er nicht die schwarze spielen nein leute keine sorge das ist jetzt nur alles spaß ich muss in der nächsten runde mal eben meinen controller wechseln ich habe den kaputten wo der linke stick nicht mehr so gut funktioniert besser in deiner als in meiner ne finde ich nicht so so ähm ich habe die batterie ja hier in meiner nähe hast du eine karte ja ich weiß nicht was für ein auto in meiner nähe ist ich bin oben oben rechts bei mir aus ja ich bin ich bin bei der linken beim beim linken auto bei der lodge bei der lodge und wie sieht es da aus ist da der vier sitzer weiß ich nicht kann ich nicht sagen ich sehe das auto auf der map the nature boy hieß der ach the nature boy was echt the nature boy rick flair ja jetzt fällt es mal wieder ein du sollst nicht nach wrestlern gucken du musst uns helfen beim flüchten es ist mir eingefallen mensch ah ok du sollst dir nichts einfallen lassen sonst es helfen beim flüchten so lass dir was einfallen genau schnell ok oh ich kann die sicherung ne da hat er die ne ne äh na mist jetzt habe ich klingt so als wäre Tobi gleich tot nein hast du es geschafft warte ich bin dabei er ist am schaffen scheiße oh ich hab das mächtig verkackt hier so ich renne wieder zurück oh 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 Ich denk immer, scheiße, da sind Häuser abgeschlossen, gehst mal nicht rein, ne? Aber ganz oft sind die Leute echt nicht gründlich, ne? Ja, er ist beim Auto. Links bei der Lodge. Ja, da, bei der Lodge. Achso, okay. Ich hab noch ne zweite Batterie gefunden. Ja, geil. Wo bist du denn, Tobi? Äh, bei der Lodge. Ich flüchte gerade vor Jason. Weil meine ist ja recht schade. Oh, er hat mich, scheiße. Ich wollte nicht die Falle nehmen. Mist! Ich bin tot. Scheiße. Aber im Auto bei der Lodge ist die Batterie eingebaut. Und bei meiner Leiche, bei meiner Leiche, das ist ein Haus direkt bei der Lodge. Da ist die Sicherung. Und die Sicherung muss bei der Lodge rein. Da ist auch der Sicherungskasten. Ah, okay. Okay, dann renne ich da mal hin. Oh, ich hör hier wieder jemanden schreien, das gefällt mir gar nicht. Meine Leiche liegt in dem kleinen Haus. Da ist ja immer bei der Lodge so ein kleines Haus. Ich glaube, mit so einer Treppe am Eingang. Da müsst ihr rein. Jason ist aber, Jason ist gerade hier irgendwo. Ja, nee. Stimmt gar nicht. Da müsst ihr nicht rein. Er hat mich aus dem Fenster geworfen. Er hat jemanden getötet. Ja. Er hat jemanden getötet. Oh, er ist bei mir. Er ist bei mir in der Nähe, Leute. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber er scheint wieder weg zu sein. Ja, vielleicht kommt er mir hinterher. Ah, okay. Ich seh schon. Welches Haus ist denn das? Das da? Ja. Oh, wir müssen jetzt fangen wir schon wieder an, Tipps zu geben. Ich glaube, das ist es. Ja, guck mal rum. Wo bist du denn? Irgendwo da muss ich liegen. Ja, er ist aber ja gerade hier. Ach so. Ich seh auch nix, weil die total Angst hat. Ja, das war auf jeden Fall das Haus. Aber wo ich liege, kann ich dir jetzt nicht sagen. Mensch, André. Ja. Oh. Such doch mal mit. Ich such doch. Scheiße. André hat gegen den Baum geschossen. Voll abgefreit. Scheiße. Ey, warum macht die das denn nicht? Die hat doch ein Messer, Mensch. Echt? Du musst das doch anwählen, ne? Nein. Oh, hab ich doch. Das macht der automatisch. Kacke. Ja, da ist mein Blut, das da am Fenster klebt. Ich hab nichts mehr, ey, scheiße. Ich muss hier weg. Du bist der letzte Überlebende. Hä? Warum machst du das denn? Ach so. Oh, scheiße. André, du lebst ja noch. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, scheiße, ich kann das nicht aufnehmen. Warum, weil er da steht? Das ist scheiße. Das hasse ich. Nimm die Sicherung. Ich mach erstmal andere Probleme, erstmal hier zu überleben. Ach, du Scheiße. Oh, geil. Hau ab. Nur noch 11,5 Minuten. Ach, das geht nicht. Das Haus ist zu hoch. Ja. Die Sicherung. Warum kann ich eigentlich noch so gut trennen? Weiß ich nicht. Ach, ja. Schließ ab. Scheiße. Geh in den Schrank. Geh in den Schrank. Warte. Ah, jetzt hat er dich ja gesehen. Ah, scheiße. Spring des hohe Fensters. Spring des hohe Fensters. Da bin ich tot. Ja, mach nix. Nein, nein. Scheiße. Ah. Das ist so ein Sackgesicht, ey. Obwohl er diesmal gar nicht Sackgesicht gespielt hat. Komm, come on me. War eine gute Runde. Hat er gut gemacht. Komm, come on me. Ah. Komm, come on me. So, jo. Ja, warte. War eine gute Runde. Ja. Jetzt war einer abgerauen. Nein. Sechs von sieben habe ich irgendwie. Ach so, dann ist wieder einer rausgegangen. Ja, dann hat er sich selbst umgebracht. Ja, dann hat er sich selbst umgebracht. Dann hat er sich selbst umgebracht.